Ohhhh! Schwer heute. Mega viel Druck. Alle Augen auf uns. Ich schaue das nie als Bedrohung an. Jeder macht Fehler. Und ich bin weit weg von perfekt. Das ändert am Schluss nichts daran, dass es einem wehtut. Der hat mich geschlagen, psychologisch auch. Ich versuche immer bei den Spielern ein wenig da reinzusitzen. Wenn ich es nämlich arbeite, dann ist die Chance gross, dass er nervös wird. M4P! Sommerheld! Sommerheld! Sommerheld!